Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Bitcoin Update Video. Ja, Bitcoin momentan bei 29.250 US-Dollar. Wir haben unser technisches Preisziel im Endeffekt schon mal erreicht, was zumindest das bullische Target anbelangt. Trotzdem, Short-Position wäre ich weiterhin vorsichtig. Wir haben immer noch einen Wig zu füllen. Wir haben trotz der Pole-Rede, da werde ich jetzt auch gleich nochmal drauf eingehen ein bisschen, immer noch viel zu gute Newslage einerseits. Und wir werden auf jeden Fall nochmal ganz kurz auf die Stockmärkte blicken, weil ich da auch ein, zwei Positionen eröffnet habe, die ich euch auf jeden Fall mitteilen möchte. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr bekommt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei ungefähr 29.220 US-Dollar. Aber wir haben, nachdem wir gestern Abend, habe ich nochmal so ein kleines Update in die Gruppe reingeschrieben hier, dass das so grob das Ziel ist, eben unser Golden Pocket. Ich muss das nochmal leicht anpassen. Und genau da sind wir im Endeffekt jetzt reingekommen. Wir sind bis ans 0,65er hochgekommen. Haben so diese grüne Box, über die wir im Livestream einerseits schon drüber gesprochen haben und auch in den letzten Tagen immer wieder, dass das hier oben jetzt erst einmal so die Zone ist, wo ich sagen würde, okay, bis dahin Maximum und dann möglicherweise kleine Korrektur. Und wir sehen, der Kurs reagiert hier bereits am Golden Pocket. Wir haben auf den 1 Stunden keinerlei Bearish Divergence. Wenn wir jetzt natürlich den Zeitraum noch ein bisschen weitersetzen, dann, okay, können wir das wieder sagen, okay, ja, hier ist eine Bearish Divergence. Aber ein bisschen vorsichtig, ein bisschen Butter bei die Fische, kann man da so gut sagen. Ansonsten, wir haben hier oben bei ungefähr 29.728 noch sehr, sehr viel Liquidität liegen. Wer den Livestream geguckt hat, kann sich daran erinnern, dass wir gesagt haben, okay, hier oben wurden einerseits sehr, sehr viele Short-Positionen eröffnet und durch diesen langen Wig, den wir hier hatten, durch diese Fake News, wenn man da mal in den 3-Minuten- und 1-Minuten-Chart geht, ich weiß, ich bin kein Fan vom 1-Minuten- und 2-Minuten-Chart, aber guckt da einfach gerne mal rein und schaut, wo ist die Liquidität reingekommen, die zu dem Abverkauf geführt hat. Und wenn wir da eben reingehen, sehen wir, okay, wir haben hier eine perfekte Confluence bei ungefähr 29.728, 29.735 und es passt zu den letzten Hochs, die wir hier drüben haben, das heißt zu dem letzten signifikanten Hoch, was zu einer grundsätzlichen Trendwende führen würde. Das heißt, wir haben hier oben eine Menge Confluence. Das wäre für mich jetzt auch so der erste Anlaufpunkt, wo ich sagen würde, okay, hier hoch Maximum möglicherweise. Wir haben natürlich auch WIX, die bei Binance bis auf ungefähr 30.600 US-Dollar hochgingen, also man muss hier extrem vorsichtig sein, wenn man shortet, auch wenn man jetzt hier shortet. Der Stop-Loss muss im Endeffekt, wenn wir jetzt mal ganz, ganz ehrlich sind, wer hier oben jetzt rein ist im Endeffekt beim 0.65er, müsste theoretisch den Stop-Loss hier oben bei ungefähr 30.700 setzen, dann wären wir bei 4%. Ist natürlich absoluter Schmarrn, weil es einfach viel zu viel ist. Ansonsten, wer da jetzt rein ist, ein Stop-Loss auf jeden Fall mal über 29.800. Sind immer noch 2%, relativ viel. Ich bin es nicht eingegangen, das war jetzt mal der grobe Fahrplan, den ich mir erhofft hatte. Ich könnte mir überlegen und das ist aber immer noch die Überlegung, sollten wir wirklich hier hochkommen, Richtung 29.700, dann vielleicht nochmal ein Short einzugehen und dann auf 30.5, 30.7 vielleicht eine Short-Order reinzusetzen, mit aber zwei Entries, um den langen WIG, einerseits auf Binance, auf anderen Börsen abzudecken und dann möglicherweise erstmal so eine kleine Trendwende mitzunehmen. Jetzt derzeit, aufgrund einerseits dieses WIGs, andererseits bei oben noch sehr, sehr viel Liquidität liegt, durch die Short-Siders, durch eben unser letztes signifikantes Hoch, würde ich da derzeit nicht reingehen. Ich bin weiterhin Long eingestellt, wenn irgendwas kommt, wie gesagt, werde ich es in der Telegram-Talk-Gruppe auf jeden Fall nochmal mitteilen. Ansonsten Golden Pocket erreicht, wichtig sind im Endeffekt das Golden Pocket 0786er diese Preisbereiche und dann müssen wir weiterschauen. Errors ein natürlich, braucht man nicht reden, auf dem 4-Stunden-Timefilm, wenn wir jetzt mal nur von den Schlusskursen ausgehen, haben wir natürlich eine klare Bearish Divergence mittlerweile gebildet, also da braucht man gar nichts sagen. Volumentechnisch muss man aber dazu sagen. Und das ist jetzt der entscheidende Faktor, wir kriegen etwas mehr Volumen rein. Nach den Fake News, jetzt mal die Fake News außer Acht lassen, kommt trotzdem etwas mehr Volumen in den Markt rein, was mich auch so ein bisschen daran hindert zu sagen, okay, wir shorten jetzt dieses Ding. Also vorsichtig sein weiterhin, aber für mich Short ganz ehrlich, erst hier oben bei den 29.007, 29.008 mit aber dann auch mit einem Stop-Loss 30.500 US-Dollar. Ich würde da momentan nicht reingehen. Das Golden Pocket verzieht sich von je nach Chartbild, je nachdem, ob wir jetzt in 4-Stunden-Chart gehen oder in 15-Minuten-Chart sind, ein bisschen. Jetzt wurde es vollkommen getroffen, weil ich hier, glaube ich, in 5-Minuten-Chart genommen habe. Weiterhin vorsichtig. Wir haben Freitag, es geht Richtung Wochenende. Wir hatten gestern, wollte ich jetzt nochmal gerade dazu sagen, vom Poll die Rede, Inflation ist weiterhin zu hoch. Vielleicht sind die Zinsen noch nicht lange hoch genug, damit es der Economy schadet, also das heißt der Bevölkerung, der Wirtschaft und sowas, also solche Aussagen überhaupt mal zu treffen. Ja, wer weiß das schon. Und was ich dann gestern auch noch dazu gesagt habe, es wurden zwei neue SEC-Einträge, zwei neue Bitcoin-ETF-Anträge eingereicht. Einmal von BlackRock und was war es, glaube ich, noch? Ich glaube, Grayscale nochmal die dritte Seite irgendwie noch eingereicht. Also die News an sich sind Bullish, weshalb das Shorten jetzt momentan, es kann gut gehen, aber ich würde es ehrlich gesagt nicht machen. So, dann habe ich euch gesagt, ich möchte euch noch ein paar Tipps mitgeben oder zumindest meine Trades von den Stockmärkten. Ich bin beim S&P 500 Long, habt ihr hier gesehen. 4.280 ist der Entry, derzeit zumindest. Das ist mein Long und der Stop-Loss liegt momentan bei 4.240. Also den könnt ihr gerne noch mitnehmen. Habe ich noch vergessen, in die Gruppe zu posten. Und beim Dow Jones könnt ihr jetzt im Endeffekt auch hier, Golden Pocket, könnt ihr jetzt im Endeffekt auch hier jetzt in dieser grünen Box. 33.384 mit einem Stop-Loss auf 33.164. Wäre ein Risk von ungefähr 0,7. Wer es ein bisschen luftiger mag, Stop-Loss auf 33.104. Ansonsten tut sich wenig. Gold weiterhin komplett explodieren, meiner Meinung nach. Müssen wir mal schauen. Profitiert Bitcoin natürlich auch noch ein bisschen dafür oder dazu. Meiner Meinung nach. Aber man muss auch sagen, wir haben den Abwärtstrend bei Gold endlich mal gestoppt. Also Abwärtstrend ist nicht mehr intakt. Wir haben impulsive Breakouts gesehen über zwei Tage. Jetzt nochmal ein Retest. Würde nicht schaden da oben an der Grenze, weil wir auch jetzt hier im Golden Pocket sind. Rücksetzer vielleicht auf 1.000. Erstmal 1.948 und dann auf 1.921 möglicherweise, um dann in Richtung neues All-Time-High zu gehen. Schauen wir einfach mal, was im Endeffekt noch passiert. Spannender Tag. Ansonsten Freitag. Später kommt noch ein kleines XRP-Update-Video. Wie jeden Freitag natürlich. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer bleibt ein bisschen vorsichtig. Wer nicht mehr unbedingt heute in Trades reingehen muss, sollte es vielleicht sein lassen. Wie gesagt, Freitag, Golden Pocket, möglicher Abverkauf. Ich bin da immer noch so ein bisschen am Zweifeln. News-technisch kommt heute gar nichts. Also sehr, sehr ruhiger Tag. Wer weiß, was aus dem Nahen Osten noch kommt. Da gibt es ja auch immer wieder News. Seid einfach vorsichtig. Wochenende, freitags normalerweise nicht zum Traden geeignet. Deswegen wünsche ich euch allen schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram, Gruppe, Joy und die zwei Trades, die ich euch gerade genannt habe. S&P 500, Dow Jones. Gerne mitnehmen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns später wieder zum XRP-Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick.